Du einfach unseren Channel Hydra Gaming und dann kriegst du jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich online bin, oder? Warte. Digga, aber wo sehe ich jetzt gerade ein Live-Spiel? Hast du schon? Nee. Doch. Sollte jetzt gleich kommen. Dauert manchmal. 1-2 Sekunden. Ja, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Ja, da. Nee, doch nicht. Hm. Amena Tzatziki. Amena Tzatziki, ja, ne? Okay. Und Livestreams, warum sehe ich diese Huchen so einen Scheiße nicht? Wie heißt der Titel? Nochmal, Digga. Hydra Gaming Germany. Sollte jetzt gleich kommen. Dauert manchmal. Ist irgendwie 10-15 Sekunden versetzt. Das Video deswegen. Oh, fuck, Alter. Ich wollte jetzt hier falschen Kontrollers machen. Oh, fuck, Alter. Ich wollte jetzt hier falschen Kontrollers machen. Danke, Bruder. Jetzt geht es mir schon viel besser. Danke, Bruder. Komm mal direkt erst. Ich bin Mr. Penis. Du hast schon direkt gefunden. Soll ich in die Gruppe machen? Kommentiert. Direkt kommentiert, Digga. Ja, ja. Warte noch kurz noch nicht starten. Warte noch kurz noch nicht starten. Wer ist ein DOB? So Alpha. Dead or behindert oder was heißt das? Auch. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. So, der Schein ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt packt man die Scheine auseinander und Konzentration. Erstmal noch so einen schönen Tee trinken und dann gezappern. Bei irgendjemandem läuft der Fernseher im Hintergrund. Geil, Max. Ja, das sind vielleicht weg. Sehen da jetzt auch wieder 10 Runden oder was? No, 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 no. Nein, bis 6. Hört ihr nicht zu oder was? Nein, bis 6. Hört ihr nicht zu oder wat? Es ist ein Team, 6,5. Das ist auch 6,5. Kann auch 6,0 enden. so ekelhaft ich bin gerade richtig spät gestartet jetzt bleib ich noch hin nach oben Scheune hat mich schon einer vor Tiny einer stein stein Tiny vor Tiny im Hof da los alter naja ich bin falsch gegangen alleine gegen 5 17 3 noch ach man hey Jungs man kann wenig spielen Alter das ist nicht meine Posi man ja auf Stein-Amos ist richtig ne Scheiß-Posi musst du mal ein bisschen aufpassen da erstmal rauspicken ich hab keinen Bock gegen die zu verlieren man blockt Jungs blockt euch andauernd ach ich krieg direkt ne Nate man diese 5 Sekunden ist scheiß halt einer im Spot Schäune einer links an der Schien noch gegen 4 gegen 3 Zäune Zäune Nein Gleise läuft zurück Donde aufgehoben alleine alleine gegen 2 beide sind da schäune schäune ach schäune ach ach schäune schäune bilder schäune ach schäune jungs durch ein bisschen alter common alter ist unsere mensch ihr fünf sekunden sprengwaffenverzögerung der haut nates rüber da man bei den gleisen machen wir einer scheune durch den bb habe ich man mitte was ist denn da los lasst euch nicht so easy rausziehen man jungs ich denke das ist einer von uns alleine gegen drei jungs ein bisschen konzentrieren bitte jetzt ja mama mia was macht ihr denn da in der mitte er kann mich da ganz easy aus der mitte holen und muss seine hingucken ja ich hab a reinguckt jetzt aufpassen ich bin bitte einer von a nur einer einer ist noch deine ja komm ist klar das war nicht frei jetzt hier ist noch einer schiene nicht dass sie denn ich bin nicht dass sie da durchkommen ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht Shit Ja man, come on jungs Digger, was macht ein Gabby da, Digger? Ach, du weißt, was da los ist, ne? Ah, gut, jetzt komm, Konzentration Anderer spielt mit dem Account wieder Die ist halt weg Müsst ihr unbedingt von mir zu holen Nein, A Spot Mitte Chill, Jungs Wow, eine Nade kam da von A aus Tief Nice Überzahl Drei noch Oh fuck, ja Ja, A Spot, genau Darf nicht passieren, Mann Unterzahl Warte ab dann Lass sie nicht ziehen Naja Alleine gegen drei Alleine gegen drei Ach, Mann Ach, Mann Ach, ich krieg k-k-kopzen, Alter Waren zu zweck da noch runter Ja Hammerhart, Jungs Hammerhart, Jungs, ey So, Konzentration, weiter Defensiv stehen Ja, ich bleib bei der Franziska Ja, pass auf, da kommt meist ein Nathan Rauch in der Mitte Ja DGA Spot, Push Der kommt hinten raus Pass auf Sauber, Rocky Nice Zwei noch Nice Jungs Schön aufgeräumt, Rocky und Crazy Echt gut aufgeräumt Wir müssen jetzt Bego machen, Argo funktioniert gar nicht, Mann Lass euch dazu easy rausholen Ja, Bego, ich PUSH jetzt, ne Ja, Mann Ja, Mann Scheiße, ich dumm mich selber Bleib safe Ja, Hitmarker Ach Perfekt da, Jungs Rocky, ich würd sagen, verschieb Ach, Mann, von hinten Einer zur Bombe schauen Hinten läuft die Bombe Nice, Digger Nice, Jungs, Mann Weiter so Du verstehst jetzt 4, 3 Für die Schönen Jungs, Mann Kommt noch, Mann Wir müssen einfach immer die Verteidigung holen Tust du auch was, oder bist du in den Kommentaren? Hä? Hm? Geht nicht, warte Mann, das ist doch scheiße, wenn es gleich los geht, ne Na ja, so sind die Einstellungen Scheiße Ja B ist noch B ist noch B ist noch Noch nix durch Ja, das ist schon mal Einer, Teil, die durch Ja, deine Nice Boah, B schon durch B durch Aufpassen Start Chill, die Jungs Defensiv Ja Fahid, mach du ein bisschen Genau, das so Genau, machst du Fahid Ja Noch nix Smog Bei B Da kam ne Nate, der ist an den Gleisen Ach scheiße Ja, deine Schienen Schienen Tiny durch Tiny durch Einer Tiny durch Nice Nice Jungs, 4-4, jetzt kommen Jetzt kommen Mann Fahl, push dich Jo Ich glaub ich hab eine Eine schwarze Dose zu viel B Come on Oh man, wer bleibt denn da stehen? Ja, guckst du an B Chill Ich lege an B Ich lege an B A durch Ich lege an B 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 Komm, Verteidigungsrunde Wiederholen Mann, ey Das ist unsere Map, Alter Ich lege an B Ich lege an B Ich lege an B Ich lege an B A Ich lege an B Er braucht Mitte B Ich lege an B Ich lege an B Ich lege an B Ja, guck dir das an, ey nein jungs der schon bei a hof doch mal ja scheiß auf den sauber bombe a spot nee das war rocky die bombe liegt hier sauber 5 5 die letzte runde müssen wir holen was meinst du wer den letzten punkt gewinnt sechs punkte hat oder was glück ich bin raus aus dem teil jub die genet trifft mich vorgehen vorgehen ja nein scheune alleine die drei schade es gibt es nicht die bobbies verloren das heißt nur noch unentschieden ist drin war ja gut dann müssen wir die zweite holen ja jetzt bringt doch fast nichts aber echt kugelsicher ist sie schon lange nicht mehr da ist doch so schlecht 5 10 6 8 5 9 4 9 was da los so viele wissen alle er übrigens pauli hat 4 3 verloren versteckt digger ein digger 4143 er lügt nicht guck doch jetzt müssten sie eigentlich kosten ich habe mich hat vorhin so ein freaky boss ein klaren lassen dass das ist nach und wenn man das jetzt gewinnen dann ist entscheidungs map oder was ja ich weiß aber nicht welche ich stehe keine entscheidungs map erst mal die map durchbringen also frinches war schon schlecht ich habe sie zu mir keine entscheidungs map das bedeutet wir müssen jetzt mindestens 6 4 6 4 gewinnt oder 6 6 5 6 5 ist heiß denn unentschieden oder was ich denke es gibt kein unentschieden ich denke es gibt kein unentschieden es wird auf 6 runden zum sieb gespielt es steht hier aber keine entscheidungs map bei den match infos mit bei ich denke mal dann werden die punkte am ende zusammengezählt als jetzt anstrengend gegen keine punkte geben ich habe gut deutsch führen der jetzt danach und weg um einen punkt wahrscheinlich so jetzt anstrengend konzentriert spielen macht euch nicht mal immer so viel so viel stress es ist genauso wie in der url er macht euch zu viel stress fans cw klappt alles bomben mäßig und jetzt wieder so ein scheiß man so weiter geht's soll ich jetzt was sehen jungs come on wir werden wahrscheinlich offensiv durch die mitte kommen kann ich mir vorstellen also aufpassen vor allem fünf sekunden nur springverzögerung pass auf wegen der mitte können viele nates kommen ich versuche mal direkt offensiv mach du mal defensiv aufpassen fünf sekunden oder gegen den portier gar nicht vorpusten mal ja ago ab 2 da noch einer ein noch ein habe ich ein als 100 gefallen zwei noch einer mag ich das ist der erste baum da dahinter macht schön dass die punkte zählen ich spiele zuerst mal normal punker wenn es so habe ich und zwei noch einer noch so liegt der ja ganz ehrlich ich dachte wirklich ich habe da was was gesehen aber dann dachte ich digga so abgewichst spielt er nicht wasser 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 einer zu b mitte durch einer base der bspot alleine gegen vier jungs aufpassen dabei bitte ja der macht defensiv einfach ich gehe gleich einfach die mitte deck einfach defensiv die mitte ab mann ich gehe ins fenster ich muss doch mal sagen wenn du durch bist geld ja mach ich dass ich legen kann ja komm nein am stein kurscht einer ok Okay. 35. von hinten einer noch einer mitte und einer oben bei uns geht durch die mitte fix er hat noch geschossen obendrin geht zur bombe jetzt nice digga schöne runde max haben wir gut gemacht top echt geile runde zu zweit habt ihr die sechs geholt digga ich liebe dich ne schönes ding man da richtiger punkt richtiger punkt wir machen defensiv b ja macht ruhig defensiv was ihr könnt man hinterm bunker springen schön sehr stark okay jetzt wäre es mal von streng gesprungen überzahl jungs mitte hinten bei denen macht ruhig nein b spot jetzt verschieben der will die mitte mitte haben wir entschärfen kann entschärfen stark ziehen uns zu lassen uns wieder zu leicht ziehen nicht das wird so gas geben und das spiel es gibt kein unentschieden ich gelesen ich habe richtig geschwitzt wo wir im zweifang gegen sechs jetzt aufpassen aufpassen bursche bringt nix ja das bringt nix schön face die näht hat mich einer b spot einer vb vb oben brücke am stein sauber sauber fenster habe ich schön schön einer ich hole die bombe schon ja rück vor und kannst hier immer noch hinten sichern einer noch ich lege einer bei b drin glaube ich der war wieder in der ecke kommt jetzt zu b ey safe macht safe macht nur safe chillt nee das war ich hat einer bombe chill chill macht scheiß drauf nice wie viel sie mir abgeht ja ich wollte gerade weglaufen ich wollte gerade Richtung bombe gehen aber ja ja alles defensiv ja ja alles defensiv ja ich gebe defensiv pack taktikmaske ein wenn du kannst sind eh defensiv ja ich geh aber wieder ein stück weit davor ja ich geh aber wieder ein stück weit davor bis da hinten pack dich nicht packen ja ja stark einer stein oben stein oben runter 2 hast du von letzte ich bin defensiv mitte nice 6 1 machen glückwunsch jungs und medis danke danke ich hab schon gedacht wir verlieren ja hab ich gedacht das war echt schlecht dass wir schön schon so ist haben wir 11 11 7 gewonnen sehr schön jetzt musst du noch ein krank wegen 15 minuten und zeit oder so habe regelwerk vor mir aber quasi weiß was mich wundert hier steht nichts drin wenn du wenn beide 65 spiel zum beispiel 65 jetzt einer und ist ja unentschieden eigentlich versteht nichts drin was passiert dann ist das wird das dann wird das am ende mit punkten noch geregelt die armen dachten die die gewinnen gegen uns nach der ersten mit wir haben jetzt gespielt 5 und 6 9 also 11 seid ihr euch sicher dass das 11 7 bewertet wird steht hier mögliche matchergebnisse das team das team was in der summe mehr punkte hat gewonnen blablabla also also für was gegen ich raus welche märz wir machen jetzt taktik ja ich gehe aber schnell pippe machen ich gehe schnell pippe machen ich gehe schnell pippe machen ja das team bleibt ist doch eh keiner da oder? ein anderer? nö ha 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 dicker erstes spiel von dynastie gaming 1-12 gegen bouw.dehr oder so gegen jamil underdogs und der zusammen so warte das sind die einzigen glaube ich die ich schon eingetragen ne sofasportler team green hat tactical claymore killers mit 12 2 weggeballert kenne ich ja nicht siehst du denn die ergebnisse ja ich bin schon im turniermodus drin also bei turniere und dann glaube ich bei aktuelle turniere guck mir gerade alles an alter wird wirklich schwer auf e2 zu kommen auf den zweiten platz aber kann man ist sofa green auch bei uns in der gruppe nein leider nicht andere wir haben drin dynastie namenlos du möchtest ich ja wohl ist irgendwie raus warum auch immer die spinner und gut ist du raus verstehe ich gar nicht ein crazy bitte ein verteidigung mache ich ja unten wieder an links drinnen und angriff sollte mit dieser links weil ich mache mir jetzt schnell noch ein tee ja ja damit zuerst reiß ich glaube ich werde ich muss mir mal so ich mache mal stream aus geil wäre wenn sich jetzt einer von dynastie unseren unseren so ok ja 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 Das war's für heute.